Oh, da sind wir wieder bei der nächsten Aufgabe und es geht um die Schlauchlamas. Aber bevor wir reingehen, erstmal ein kleines Ding in eigener Sache. Wenn ihr Bock habt, es zu unterstützen, gerne wieder meinen Creator-Code eintragen, yt-famlek. Grüß geht schon mal an alle raus, die den sowieso immer drin haben, weil ich sehe ja, wie viele wir haben, aber halt nicht wer. So, wo geht's hin? Richtig, es geht an die Tankstellen. Wir gehen mal hier direkt an die erste. Es geht halt, wie gesagt, um diesen Auftrag. Die sind auch zu finden an allen Tankstellen, die wir im Spiel haben. Also eigentlich, ich sag mal so, sucht euch einen Punkt aus, fliegt von mir aus zweimal hin und dann habt ihr das Ganze eigentlich schon. Weil an jeder Tankstelle müssten eigentlich zwei Stück sein. Weil wenn ich jetzt an die nächste Tankstelle direkt gehe, könnte es sein, dass da schon jemand war und die nämlich schon zerstört wurden. Aber wir gucken gerade, das schnell. Zack, 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 zack. Nur damit ihr wisst, worum es geht. Und zack, die hier sind es. Da habe ich nämlich schon in den Livestreams immer gesagt, die irritieren mich irgendwie voll. Aber ich denke mal, ihr wisst, wo eine Tankstelle ist. Und in dem Sinne würde ich sagen, gehen wir die zwei auch schon mal hier mit kaputt machen. Zack, haben wir schon mal eine. Haben wir noch eine. Und ich werde jetzt rausgehen, einfach nochmal da landen und mache die Aufgabe damit fertig. So, konnte ich dir damit helfen? Wenn ja, lass doch gerne ein Like da und noch ein Abo. Und in dem Sinne würde ich sagen, dir noch viel Spaß beim Fortnite spielen. Und haut rein.